Bis zur bitteren Neige erzählt das Drama eines Mannes, den eine Verkettung teuflischer Ereignisse bis an den Rand des Wahnsinns treibt. Paul Jordan, Hollywoodstar der 50er Jahre. Alkoholiker, verheiratet mit einer millionenschweren Frau, verliebt in seine Stieftochter Shirley. Paul Jordan sucht sein Comeback. Nach 15 Jahren gelingt ihm die Rückkehr in die erregende Welt des Films. In Wien steht er endlich wieder vor der Kamera. Bis zur bitteren Neige. Der Bestseller von Johannes Mario Simmel mit unvergesslichen Szenen und unvergesslichen Gesichtern. Untertitelung des ZDF, 2020